Moin moin meine freshen Tudes und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. FIFA 17 und wir zocken weiter im Karrieremodus und was haben wir denn hier? Ja, erste Konferenz, die letzte Partie. Ich bin gerade in guter Form. Danke, dass sie mich eingesetzt haben. Und Ulreich. Ich weiß, dass ich nicht an der Spitze der Hierarchie dieser Mannschaft stehe, aber ich wäre froh über die Chance auf einen Einsatz. Grundsätzlich hätte ich ja kein Problem damit, aber Champions League. Es ist Champions League, Mann. Das ist scheiße. Eigentlich ist es scheiße, aber egal. Ich bin ja nett. Ich drücke ein Auge zu und lasse ihn ran. So. Weigl muss immer noch pausieren. Der wird gegen Raffinia dieses Mal ersetzt. Dann machen wir das mal so. Und war ran, muss auch wieder rein. Und wer darf dann nochmal spielen? Ja, Ulreich halt, ne? Hoffentlich war Bock, der ist nicht. So. Und Lärm darf auch ran. Der kommt für Kavachal. Und vorne, machen wir noch vorne was im Sturm oder was? Lassen wir mal Kosta und Kumor von Beginn an ran. Habe ich das gerade in der Taktikvorlage gemacht? Abbrechen. Nein. Scheiße, was sollte das? Fuck. Ich wollte das natürlich hier machen. Boah, jetzt muss ich das einfach von vorne machen. Danke. Danke. So, kriegen wir schnell hin. Kriegen wir schnell geklärt. So. Starten wir Raffinia. Die beiden tauschen wir. Grießmann. Da kommt Kosta. Die beiden tauschen wir. Und ein Tor darf Ulreich. Und rechte Verteidigung macht lahm. So. Fertig. Immer noch ein bisschen verstopft, meine Freunde. Die hört es ja auch. Das ist so. Passiert mal in der kalten Weihnachtszeit, dass man sich da mal so eine, äh, ja, Nasenverstopfung holt. So. Das Spiel ist wirklich wichtig. Wir müssen es gewinnen. Wir sollten es gewinnen. Denn wir haben das letzte Spiel in der Champions League verkackt. Und das ist natürlich nicht gut. Natürlich nicht. Schöner Fehlpass. Und da kommt der Steilpass auf Martial, der leider geblockt wird. Ecke. Martial hat auch schon lange nicht mehr getroffen. Also, es muss eigentlich mal wieder zu lang. Also, da muss man besser werden. Einwurf für uns. Oh, schönes Ding. Und, da haben wir das 1-0. Kumon, der da wunderbar aufgepasst hat, den Abpraller nimmt. Schuss kam von Dahoud ist es wieder. Quasi der Vorlagengeber, der in den letzten vier Spielen, glaube ich, dreimal oder so getroffen hat. Diesmal ist er der Vorbereiter. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So darf es weitergehen. Nach 10 Minuten die Führung. Nach 20 Minuten hätte ich gerne das 2-0. Hätte. Hätte. Fahrradkette. Wie kennt das, ja? So, da hat der Hut den Ball geholt. Leider direkt habe ich den wieder verloren, weil der Raum zu eng war. Ja, sehr gut. Thiago. Klaus auf Alaba. Alaba auf Thiago. Also, Rafinha. Der auf Martial. Und Pfosten. Tor. Fast genau so, wie ich es mir gewünscht hatte. In der 20. Hätte es eigentlich erst fallen müssen. Jetzt haben wir es schon in der 17. Nachdem wir vorher den Pfosten getroffen haben mit Kumont. Der es wieder gut gemacht hat. Und das Tor macht Posta. Perfekt. Das läuft, ey. Das läuft. Und das auswärts, ne? Auswärts, ja. So, kann man mal machen. Ja, ey. Rafinha bleibt dran. Das hätte das Spiel wieder auf die heiße Spur bringen können. So ein Anschlusstreffer. So früh. So, Sanchez. Schön vorbei. Nein, der ist ein bisschen zu steil. Ein bisschen zu steil. Echt nur ein bisschen. War so schön gemacht von Sanchez. Der dann aber den Pass ein bisschen zu steil ansetzt. Einfach. Das konnte, da konnte, äh, Alava leider nichts machen. Schön von Rafinha. Der da aufgepasst hat. Ja, schönes Zusammenspiel hier von Martial und Kumont. Die beiden Franzosen. Ja, sauber. Ja, jetzt wird auch abgefiffen, weil sich da einer vernetzt hat. Quintero. Wurde sogar ausgetauscht, oder was? Oder noch nicht? Doch, wurde ausgetauscht gegen André. Ja, das war nur in den Mann rein. Habe ich mich extra in den Weg gestellt. Kriegt er dafür sogar gelb? Ja. Die gelbe habe ich ihm besorgt. Ja, so wollte ich das auch. Ah, das war schade. Schade. Da hätte mehr draus rauskommen können. Und jetzt nochmal ein Versuch. Boah, da hätte ich sogar einfach weiterlaufen können. Da wäre ich quasi durch gewesen. Mit Dahoud. Stark von Boateng. So, jetzt nochmal der Konter. Kriegen wir nochmal einen Konter hin? Nein. Der Verteidiger stand gut. Hat das gut geklärt. Puh, zum Glück war der Schuss so schlecht. Ja, die Champions League ist einfach noch ein bisschen härter. Finde ich, das merkt man immer. Also in der Champions League ist Schwierigkeitsgrad Profi nochmal eine Schippe stärker als die Bundesliga. Ja, so. Kimmich kommt. Und Weigel kommt auch. Vorne noch was machen. Kumon. Ja, bringen wir mal für Kumon Griezmann. Ich habe einen Wechsel verplant. Waran hätte eigentlich auch für Boateng spielen sollen. Da habe ich ein bisschen. Ah, da habe ich gefoult. Oder da hat Griezmann gefoult. Ich habe es gespürt. Aber dafür war der ja immer richtig schlecht. Schönes Ding. Nein. So scheiße. Da hat die Verteidigung wieder so gut aufgepasst bei denen. Schön. Kimmich. Nein. Nix. Gar nix. Das war einfach nur schlecht gemacht von Kimmich. Und die ziehen wieder von sonst wo ab. Einfach nur, weil er dachte, dass er gegen Boateng sonst keine Chance hätte. Wahrscheinlich. Ja. Hier wird der Ball mal ein bisschen laufen gelassen. Aber das war nicht so gut. Und das gibt Einwurf für die, glaube ich. Nee, für mich. Sehr gut. Und da haben wir das 3-0. Es ist Griezmann. Nachdem der erste Schuss noch geblockt wurde, beziehungsweise er eben, glaube ich, kurz den Ball abgegrätscht hat. Nee, der wurde geblockt. Der zweite. 3-0. Ein gutes Ergebnis. Das können wir gebrauchen in der Champions League. Können wir sehr gut gebrauchen in der Champions League. Na, was machen wir jetzt hier? Wow. Das gibt Elfmeter. Shit. Und es gibt Rot. Holy. Das war doch keine hundertprozentige Chance. Krass. Der war doch da außen. Und er verarscht mich. Er verarscht mich. Was für ein Spacken, ey. Dafür würde ich denen am liebsten jetzt noch einen einschenken. Aber mit einem Mann weniger sollte man vorsichtig sein. Warte mal kurz. Wir müssen auch mal eben kurz umstellen. Wir bringen mal Weigl in die Verteidigerposition. So. So ist besser. Schön. Nein. Der war ja viel zu doll. Von Griezmann. Stark von Kimmich dazwischen gegangen. Schlecht. Schlecht von Alaba. Ich weiß auch nicht, was Alaba da im Mittelfeld gemacht hat. Da konnte Ulreich sich mal beweisen. Und jetzt haben wir Martial. Und der ist schnell. Und der geht an den Außenpfosten. Fuck. Humor holt den Ball direkt zurück. Schade. Das war nicht so schön von Griezmann. Aber er kämpft sich den Ball auch nochmal fürs Team. Oder er holt den Ball nochmal fürs Team. Was macht meine Abwehr da? Da sind Lücken, die sich dort offenbaren. Aber Ulreich ist da. Gefoult. Foul. Ja. Da waren sogar zwei Fouls. Das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Was mache ich hier? Ich gefährde meinen Sieg. Oh. Ich muss jetzt langsam mal wieder ein bisschen in die Spur finden. Also das ist hier so nicht lustig. Zum Glück sind die halt ein bisschen schlecht im Abschluss. Na, kriegen wir nochmal einen Angriff hin mit unserem Einmann weniger? Ja. Guter Ball. Und gerade so grätscht er ihm den Ball weg, dem Griezmann. Ich schwöre euch, Humor wäre weg gewesen. Der ist einfach der bessere Stürmer. Und was macht Weigel da? Ich verstehe es nicht. Ich habe Weigel hinten aufgestellt. In Realität, also in der Realität kann er das. Da hat er öfters Innenverteidiger auch mal bei Dortmund spielen müssen. Und hat es auch gespielt. Und hier kann er es nicht. Was soll das? Aber jetzt. Da war Weigel nochmal. Und Abpfiff. Ein Glück. Zum Glück hatten wir einen guten Vorsprung. So konnten wir das trotzdem noch über die Zeit retten. Puh. Holy shit, ey. Mann, 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 ey. Mann, Mann, Mann. Das war mal eine spannende Partie. Also das wäre am Ende fast nochmal in die Hose gegangen. Ja, ich würde sagen, das war es dann auch mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich würde sagen, bleibt stabil und haut da rein.